Ich bin ein Schweizer und ein Schweizer Giel, der hat immer ein Sackmesser und eine Schnur im Sack. Ja gut, die ist ein wenig kurz. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer das Set von Victorinox dabei. Also nur ein Täschchen. Und in diesem Set findet man zwei Taschenmesser. Das Kleine hier, das ist das sogenannte Offiziersmesser. Das brauche ich eigentlich zum Essen. Also das brauche ich eigentlich nur für Lebensmittel zu schneiden, die Weinflaschen aufzumachen. Und die einzelnen Werkzeuge stelle ich nachher detailliert vor. Das Messer hier ist ebenfalls ein Victorinox. Und es ist im Wesentlichen am Soldatenmesser 08 nachempfunden. Einziger Unterschied ist, es hat keinen Vierkantschrauberzieher, sondern auch einen Kurkenzieher. Und es ist nicht einhändig zu öffnen. Also, no way. Auch das stelle ich nachher detailliert vor. Und dann, je nachdem wo ich unterwegs bin, was ich vorhabe, also gerade wenn es richtig Bushcraft geht, dann habe ich meinen Soldatendolch 90 dabei. Der ist zusammen mit dem Sturmgewir 90 in der Schweizer Armee eingeführt worden. Das ist ein brachiales Werkzeug. Aber es hat seinen Nutzen. Ich zeige euch das auch noch. Das Vierte von meinen Messern ist das GIL-Rettungsmesser. Das benutze ich eigentlich immer dann, wenn ich auf einem Schiff unterwegs bin. Die letzte ist hier bei uns in der Schliessen ein Schiff abgesoffen, weil der Skipper es nicht mehr geschafft hat, rechtzeitig die Schnur, also das Seil, durchzuschneiden. Das aufsteigende Wasser in der Schliessen hat dann sein Schiff unter Wasser gedrückt. Und ja, die Zeitpolizei hatte ihren ersten Einsatz von der Saison. Auch das Messer stelle ich euch noch etwas detailliert vor. Das Messer, das ich für die Lebensmittel brauche, ist, wie gesagt, das Offiziersmesser von Victorinox. Mit der normalen grossen Klinge, ja, etwa 7 cm lang. Und dann natürlich noch die kleine Klinge, wie man es kennt. Weiterhin der obligatorische Schraubenzieher, Flaschenöffner und hier unten der Drahtschneider, beziehungsweise zum Abisolieren von Draht, elektrische Leitungen. Wie der funktioniert, weiss ich ehrlich gesagt bis heute nicht. Weiter haben wir dran, typisch in der Schweiz, den Büchsenöffner. Und was auch ganz cool ist an diesem, ein kleines Scherchen noch. Der Zahnstocher hier, den, ja, ich weiss nicht, habe ich glaube noch nie gebraucht. Aber, gerade die letzte, als ich mir eine Zecke während der Wanderung eingefangen habe, habe ich diese hier mit diesem Passettli entfernen können. Das zweite Messer, welches immer hier in meinem Etui ist, ist eben das, welches am Soldatenmesser 08 von der Schweizer Armee nachempfunden ist. Der Korkenzieher ist der Unterschied, beim Soldatenmesser ist da ein Vierkantschraubenzieher. Und beim anderen Messer habe ich vergessen die Ahle. Aber weil ich ja das Messer nur für Lebensmittel brauche und ich kein Lebensmittel kenne, was ich mit einer Ahle bearbeiten muss, benutze ich das beim anderen Messer nicht. Bei diesem Messer habe ich die Ahle auch schon benutzt. Und man sieht es ihr vielleicht ein bisschen an. Ja, da so ganz leichte Schatten hat sie schon. Die habe ich gebraucht, um eine Destillieranlage zu basteln, letztes Mal. Dann hat auch das, eine grosse Klinge, die arretiert, so dass sie nicht aus Versehen zurückschnappen kann. Und man kann da so richtig schön schnitzen. Das Messer brauche ich also immer, wenn ich etwas schnitzen will. Natürlich hat das Messer auch eine schöne grosse Sagi. Die ist also brauchbar. Ich habe damit schon sehr viel gesagt. Die funktioniert, die haut wie ein Ohr. Sensationell. Auch dieses Messer hat, wie jedes Schweizer Sockmesser, einen Büchsenöffner und einen obligatorischen Schraubenzieher. Der arretiert auch. Der Grund ist, mit dem tut man Militär Munitionskisten den Verschluss aufhebeln. Wenn der geht ziemlich streng und wenn man noch kalte Klöben hat und Händen hat, dann ist man froh darum. Wie gesagt, auch das ist arretiert. Und das ist eigentlich schon alles gewesen an diesem Messer. Auch da ist natürlich wieder der Zahnstocher dran. Und natürlich auch die obligatorischen Pinsetten. Der Soldatentolch hier. Den brauche ich eigentlich nur, um Holz zu spalten. Das ist ein brachiales Werkzeug. Das hat eine Stärke von 5 Millimeter. Mit dem kann man richtig schön schnitzen. Es hat, ich hoffe, die Gesamts. Eine asymmetrisch geschliffene Klinge. Und ja, wenn ihr hier die Schatten anschaut. Also mit dem Messer habe ich schon mit Steinen draufgeschlagen. Und alles Mögliche, um irgendwie 2 Holzstücke auseinanderzukriegen. Das ist ein richtig brutales Werkzeug. Und dient hervorragend als Ersatz für eine Axt. Man kann auch, wenn man hier einen Stecken durchtut. Und es dann mit Schnur festbindet. So, ich will einfach die Scheife stellen. Und es dann mit Schnur hier festbinden. Einen Speer basteln. Und weiss der Teufel, was man sonst noch alles daraus machen kann. Es ist auch von Victorinox hergestellt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und hat 20cm knapp lange Klinge. 15cm. Ich blende es ein, wie lange es wirklich ist. Es liegt sehr gut in der Hand. Und man kann damit wirklich hervorragend schnitzen. Idealerweise nicht in die Finger. Die Scheide selber besteht aus zwei Teilchen. Der normale Scheide. Den man auch auseinandernehmen kann. Um sie inwendig mal wieder zu reinigen. Und aus der Halterie. Der nennt sich in der Armee allgemein Frosch. Es gibt nur einen kurzen Frosch. Da ist dann die Schlaufe da. Na, würdest du scharf stellen. Ist die Schlaufe da. So. Direkt hier unten. Und man kann es dann an der Grundtrag-Einheit befestigen. Wenn ich finde, würde ich ein Bild davon einblenden. Persönlich nutze ich diese Trageart nie. Weil gerade wenn man im Feld am Robben ist. Ist nach der Gefahr, dass einem das Messer aus der Scheide rutscht. Und man sich selber mit seinem eigenen Soldatendolch das Bein aufschlitzt. Also, ja. Ich bevorzuge diese Trageart nicht. Ich tue es ganz normal am Gürtel hinschlaufen. Ich träge das auch nicht jeden Tag. Das benutze ich wirklich nur, wenn ich am Bushcraften bin. Wenn ich wirklich etwas massiv bearbeiten möchte. Das vierte Messer in der Bandi ist mein GIL-Rettungsmesser. Ich habe hier zwei Packriemen dran befestigt. Den kann ich mir einfach um die Hüfte schnallen. Und der kürzere Riemen hier kommt um das Bein herum. Ich blende noch das Bild ein. Das Messer ist arretiert. Im Gegensatz zum Soldatendolch. Ich zeige noch das gute. Der kann nicht arretiert werden. Den kann man auch rausziehen. Und hier das Rettungsmesser hält also bombenfest. Aber man kann es einhändig sehr leicht aus seiner Scheide befreien. Speziell an diesem Messer ist, dass es stumpfe Klingenspitzen hat. Also mit dem kann man selbst wenn man sich ein Seil um den eigenen Körper gewickelt hat, kann man sich eigentlich nicht damit verletzen. Die Klinge selber ist zweiteilig. Es hat hier vorne einen normalen glatten Schliff. Es ist doch recht scharf. Und es hat hier vorne einen Wellenschliff, der asymmetrisch geschliffen ist. Und das hilft einem beim Durchtrennen von Tau und Seilen gerade in der Schifffahrt. Zum Glück habe ich es noch nie gebraucht. Aber ich habe es gerne dabei für den Fall der Fälle. Wenn euch das Video gefallen hätte, würde ich mich über einen Daumen freuen. Ein Abo wäre natürlich cool. Und wenn ihr etwas netzes zum Schreiben wisst, dann unten in die Kommentare. Viel Vergnügen. Tschüss zusammen.